Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Sachsenensplayer-Adventskalender, Türchen Nummer 16 ist am Start, die ist sogar da vorne. Ich bin gespannt, was wir rausziehen werden, was wir noch nie hatten. Es kann ja nur noch eine Doppelung kommen, aber bevor die Doppelung wieder kommt, die Gewinner von gestern werden jetzt hier unten wie immer eingeblendet. Der verlorene Gewinner, in Anführungsstrichen, von vorgestern, also das, was ich da im Video gesagt hatte, also vor zwei Tagen hat sich jetzt auch gemeldet, sprich, es haben sich alle gemeldet, vielen Dank. Und nochmal im Allgemeinen, achtet bitte darauf, dass eure E-Mail-Adressen A richtig geschrieben sind und B auch funktionieren, weil funktionieren sie nicht, habe ich keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen und der Gewinn verfällt. Und ich mache mir auch nicht die Mühe, da irgendwie noch nachher zu recherchieren, gerade wenn irgendwelche Buchstaben falsch sind oder zum Beispiel at gmx.de, at gmx.com oder sowas ist, ne, pfff, Leute, was soll ich wissen, ne. Deswegen achte da bitte drauf, das ist schon simpel gemacht. So, jetzt würde ich aber sagen, öffnen wir Türchen Nummer 16, was da unten ist. Das ging mal schnell und das sieht, fühlt sich ziemlich lo an. Oh. Ach nö. Wahnsinn. Wir haben von Chiyo, süßes Popcorn, warm und knusprig in zwei bis drei Minuten. Wahnsinn. Hatten wir ja, wann hatten wir das? Am ersten Tag oder am zweiten? Ich weiß es gar nicht. Es wiederholt sich auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es nicht so ganz gemundet. Das ist irgendwie so, naja, so eine Sache. Gut, kann ich euch jetzt natürlich nicht machen, aber sei es drum. Was könnt ihr heute gewinnen? Platz Nummer 1 bekommt einmal Eurotruck Simulator 2, Beyond Tubalic Seed DLC. Platz Nummer 2 bekommt einen 5 Euro Gutschein der Wahl aus Steam, Amazon oder Paysafe. Und Platz Nummer 3 bekommt wieder Steam Random Codes. Für alle Twitch-Zuschauer slash Zuschauerinnen, slash Stern, slash, keine Ahnung, Metrosexuellen, was weiß ich, was es heute nachher alles für Gender-Richtung gibt. Morgen wird euer Tag sein, wenn ihr auf Twitch einen Account habt, beziehungsweise mir bei Twitch zuschaut. Morgen wird es nämlich als Trostpreis in Anführungsstrichen ein paar Subs auf meinen Twitch-Kanal geben. Dazu denn dementsprechend auch morgen mehr. Ich meine, hier noch schon mal angedacht, da eventuell morgen die Ohren steif halten. Und für alle, die, die mir noch nicht auf Twitch folgen, können die es gerne tun. Twitch.tv slash Sachsenetzplayer. Und dann am Ende einfach nur Yt dahinter, wie YouTube halt so geschrieben wird. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch noch ein restliches, schönes Wochenende, schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr wart eine Kirche. Und in dem Sinne, bis dann, wenn ihr geht sitten auf einen neues Setz, dann, bis dann zurmate. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.